Was geht ab meine kleinen Ras, hier ist Rahim, ihr Brigold, hier ist Rahim, ihr seid hier auf dem krassesten Rundum Musikkanal versprochen, ihr könnt überall anders schauen, das ist definitiv der Fall hier mit den meisten Versprechern, denn hier ist alles uncut und quasi live festgehalten, wie ich hier mir Musikvideos anschaue und analysiere und vielleicht auf gewisse Besonderheiten in diesen Produktionen dann eben drauf hinweisen kann. Ja und heute eben was ganz Besonderes habe ich gesehen, gerade in den Trends, Antoine featuring Teddy Teclebran, wir wissen ja, er ist eigentlich ein und dieselbe Person und Antoine ist eben von Teddy, der Comedian ist, eben sein alter Ego und einer seiner Figuren, die er da erschaffen hat. Ja und wir wissen, dass Teddy tatsächlich aber auch eine sehr, sehr, also finde ich zumindest, sehr, sehr coole und schöne Stimme hat, deswegen bin ich gespannt, was er jetzt hier fabriziert und produziert hat, wobei wenn das unter Antoine ist, wird das wahrscheinlich eher was Lustiges sein, ich habe es noch nicht gehört, wir gucken mal rein und ja, los geht's. Das sieht aus wie die Moldgestraße hier in Köln, witzig. Schöne Gitarre erstmal, ne, so eine E-Gitarre. Ich lauf abends um zehn in... Und da hier irgendwo so ein Schlegel... Ich lauf abends um zehn in mein Neighbor... Kiosk ist da, Interesse, aber Geldbeutel kriegt kein Luft. Moment, Moment, was ist das denn für eine Custom-Made, geile Jacke, Arbeitsamt-Logo, fett drauf. Ist ja geil, Alter. Mega geil. Hier spielt dann ansonsten das Bassinstrument nochmal schön rein, das allerdings hier vielleicht auch mal auffällig zu den anderen Songs, die in letzter Zeit sonst immer analysiert und produziert wurden, dass es nicht so ein Sub-Bass ist, der eben unter 50 Hertz läuft, sondern eher so ein höher angelegter klassischer Bass, der dann nochmal deutlicher zu hören ist. Auch gerade, wenn ihr das nicht auf einer Anlage hört, die in diesem tiefen Bassbereich, der Frequenzbereich der eben spielt, eben vor allen Dingen Smartphones und Laptops und klingt schön warm vor allen Dingen. Cool. Ein Snickers geht, ah scheiße, kein Cash in den Taschen. Nur mein Schlüsseltempo und ein Kontoauszug von der Sparkasse. Darauf steht, halt dein Schnauze, Geld fehlt. Geld fehlt. Ihr wisst Bescheid, dir Geld fehlt. Ja, sehr cool, auf jeden Fall sehr cool. Ich denk nach und mein Kopf wünscht sich von Herzen ein Fee. Ich sag, bitte zu mein Konto voll machen mit schönen Gaben. Und sie sagt nur, ich hab 5 Uhr, Junge, ich hab Feierabend. Ja, klassisch. Dieses Problem kennt man sicherlich immer, wenn man mit so bürokratischen Leuten und Ämtern und so weiter zu tun hat. Da ist dann direkt Schluss ab einer gewissen Uhrzeit. Und das auch sehr streng. So, was man sonst hier weiter eben analysieren kann, die Drum Selection hier. Äh, die... Ja, äh... Also ich finde, es fällt vor allen Dingen auf, eben die Hi-Hat, die ihr benutzt, wo die relativ hoch hier klingt. Ähm... Sonst die Kick echt relativ... Ja, also jetzt nicht so, was man halt viel benutzt mehr so aus diesem Trap-Bereich. Aber auch sehr elektronisch hier, äh, die Drum Samples, die ausgewählt wurden. Ja, aber passt hier halt bisher sehr, sehr gut rein. Finde ich cool. Passt hier das, das niemand geahnt hat. Oh! Let's go! Arbeitsamt hat Geld auf Konto gewiesen! Hey! Hey! Geil! Arbeitsamt hat Geld auf Konto gewiesen! Hey! Hey! Nur dich da! Lone Charliotto, Lone Charliotto, Lone Charliotto, Lone Charliotto, Lone Charliotto, Lone Charliotto.. Also hier in dem Hook Part auf jeden Fall, was das ganze eben nochmal so aufbauen lässt, warum man den Eindruck hat, dass das überhaupt der Refrain ist, ist vor allen Dingen die Keys, also das Tasteninstrument, was hier dazu kommt, das ist so ein bisschen so ein Orgel-Sound. hat, kann natürlich irgendein VST Plug-In gewesen sein, also eben so ein Orgel Sound von irgendeinem E-Piano oder vielleicht sogar von einem Synthesizer, klingt aber sehr, sehr cool auf jeden Fall und baut das Ganze hier richtig nochmal schön auf, weil es hier auch komplett die ganzen Akkorde setzt, weil vorher immer nur die Grundtöne des jeweiligen Akkords größtenteils gehört haben, die Gitarre hat da immer eben von dem Akkord den Grundton gespielt, also den ersten Ton des jeweiligen Akkords und so eine kleine Sequenz da eben draus gemacht, aber hier dann im Refrain komplett die ganzen Akkorde von diesem Tasteninstrument, so löst sich das halt richtig schön harmonisch nochmal auf und baut richtig auf, sehr, sehr schön. Angetäuschte Breakboot. Das ist so ein richtiger 80s-Bass eigentlich aus dem Center, richtig cool im Sound. Das ist so geil, Alter. Diese Kopfbewegung jetzt noch zu diesen, zu diesen. Cool, hier jetzt auch nochmal, dass da nochmal so ein Instrument dazukommt, was so ein bisschen so ein Saw-Sound hat, ist ein Synthesizer, der hier die Funktion des Pads übernimmt und so ein bisschen was, was, ja, Saw halt, ne, die Waveform des Synthesizers, also so ein bisschen, ein bisschen kratzig, aber schöne, ja, warme Obertöne da mit drin, sehr, sehr schön. Ja, aber die gibt er aus. Oh, geil. Das war auch geil jetzt hier, der Chor, der, der Lohn ist da, Lohn ist da, singt. Ja, bestimmt zwei- oder dreistimmig, sogar separat da nochmal aufgenommen und das hier schön eingefügt, sehr, sehr schön. Oh, mehr Option. Wenn du Geld in der Tasche hast, verkehrst nicht deine Freundschaft. Wenn du Geld in der Tasche hast, verkehrst dich nicht... Mehr Power. Wenn du Geld in der Tasche hast, verkehrst nicht dein Herzgefühl. Wenn du Geld in der Tasche hast, verkehrst nicht dein Herzgefühl, aber so muss man eskalieren. Ja, schön. Oh, das war ein richtig schöner Part. Erstmal hier natürlich die ganze Zeit Kopfstimme, aber da, wo er dann mehr Power sagt, wurden eben mehrere Stimmen dann aufgenommen und unter anderem dann eben auch welche mit mehr Power und die dann auch ein bisschen im Stereo fällt oder Stereo-Panning verteilt. Da ist dann nochmal rechts und links, was los ist auf den Ohren. Am besten meine Videos mit Kopfhörern hören, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr da welche braucht, sind die unten verlinkt, diese hier zum Beispiel. Aber eben sehr, sehr cool. Baut sich das dann hier auf, läuft dann weiter. Aber ab hier dann eben kommen dann noch so Adlips. Da setzt er da nochmal wirklich eine Melodieline oben drauf mit dieser Kopfstimme, die das dann richtig harmonisch nochmal richtig on top setzt. und dann so einen richtigen Choraler-Part. Ja, hier hinten richtig schön Huber. Den fand ich gerade richtig schön. Wenn du kennst, wenn die Autofahrer scherzt. Na, schau mal anders. Und dann hier. Schön. Richtiger Chor hier aufgebaut. Canon-mäßig, dass da wirklich immer noch eine Stimme dazusetzt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, und dann eben in die Hook. Das ist wirklich sehr, sehr cool und sehr schön. Sehr clever auch, sowas als Aufbau zu machen in die letzte Hook, in den letzten Refrain ran wahrscheinlich. Ja, von der Zeit müsste das passen. Sehr, sehr interessant. Sehr cool. So hat man da am Ende nochmal so eine richtige, ja, so einen richtigen Spannungsbogen nach oben gezogen. Sehr, sehr schön. Aber warte mal, die Jacke hat ja hinten auch ganz groß und fett das Arbeitsamtzeichen drauf. Geil. Also, muss ich mir auf jeden Fall mal besorgen. Geil. Let's go. Arbeitsamt hat der Elterfrotto gewesen. Hey. Was ist da? Nur dich da. Also, Claps kommt dann auch noch dazu. Leben ist doch kurz, Junge. Tu das genießen, du Bitch. Nur dich da. Tu dein Leben genießen, egal ob Kohle oder Regen. Tu das genießen. Ja, sehr schöne Message auf jeden Fall am Ende. Man sollte sein Leben definitiv genießen, egal ob Geld da ist oder nicht. Hat er sehr schön gesagt und sehr schön hier reingesucht. Auch wenn das alles so komödiantisch hier performt wird, ja, ist das ja trotzdem eine sehr schöne Message. Nicht vergessen, Leute. Die Claps fand ich ein bisschen interessant, weil die jetzt am Ende da auch nochmal drin waren in der Hook, aber nicht permanent. Vor allem in der ersten Hälfte der letzten Hook, sondern, also wie ich es gehört habe, später erst. Wirklich auf jeden Snare-Schlag auch die Claps. Ja, ansonsten sehr, sehr unterhaltsame, schöne Nummer, muss man einfach sagen. Teddy hat es halt einfach drauf. Sehr, sehr schöne, runde Nummer, wirklich lustig. Aber dann eben auch mit den klassischen Griffen, so wie man das eben auch in, sage ich mal, großen Mainstream-Produktionen kennt. Ob das jetzt internationale Nummern sind von wie, keine Ahnung, was habe ich da letztens gehabt. Ed Sheeran oder sowas. Das ist genau so auch hier gemacht worden. Wir gucken vielleicht nochmal ganz kurz rein, wer das Ganze vielleicht produziert hat. Ich weiß nicht, ob es drin steht. Achso, Daumen nach oben. Sowieso, genauso macht ihr das natürlich bei mir auch. Tut das Pumpen auf jeden Fall, ist der Hashtag. Wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Kann man schnell, aber ja, steht es. Musikproduzent Fabian Regel mit Instagram auch verlinkt. Sehr, sehr schön. Ja, Props gehen raus. Auf jeden Fall ein gutes Ding geworden. Engineers stehen nicht drin, aber bei so einer Produktion, die auch relativ simpel gestaltet ist von den Instrumenten, dass jetzt nicht zu viel los ist. Alles hat anständig seinen Platz auf dem Frequenzband, sage ich mal. Von daher sehr, sehr cooles Ding geworden. Also cool, sehr lustig. Freut mich, dass sowas auch hier auf Platz 15 in den Trends sind. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, dann gerne lasst mir ein Abo da. Falls ja, dann lasst mir gerne ein Abo da. So rum geht's. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.